1 2... Alle fangen jetzt an zu zählen! 3 Steppen brauch ich dafür! aua, oh jetzt wird's kritisch! Also...... Das war teuer, verlegen nicht. Auto-quote, Quinta und minecraft. Hm? Auto-quinta, fagke ich euch alle ja ein, jetzt reicht's hier! hat ihr quasi schon erzählt dass ich ihn geärgert habe aber manchen gemacht mit ihm so lange weil ich was kann von ihnen als anstifter 8 9 die auch gesagt ganz ehrlich 912 das 20 10 11 15 13 und halb 9 11 9 3 1 7 19 11 ich habe dazu gemacht dass ich nur wenn ich auch deswegen sollte man sich machen kann mir einfach jetzt einfach so ein 1 1 1 von diesen mops von tauren paulina ja ich wollte das problem ist nicht dabei kann ja nicht mehr weiter auseinander und nicht nur oben dann reparieren wieder und ich brauche halt ein replays tool für das was sie bis jetzt hat was wird irgendein ding machen was du kannst die meisten kopieren dass sie noch mal auftauchen wir sind gar nicht haben wir die kapseln genau am besten nehmen da unten doch empty capsel damit kann man kopieren und schank einfach löschen baut er den schank wieder auf ich brauche den schank nicht wieder auf habe ich ja nichts von er kopiert den schank und baust du wieder irgendwo neu auf ja ich kann aber auch warte mal ich kann auch einfach die steine kann man auch aus video mit aber handlich normale oder koppel normaler normal ist da uns kannst du machen oben mit oder in der mitte mitte holz machen eins von beiden ne oben in der mitte ist holz ja da komme ich aber gar nicht hin also da muss ich jetzt wieder auf eine insel latschen oder hier die königin jetzt muss ich gleich erstmal einen jetpack bauen alter ja mach das ich die denn hingeschmissen also nicht so ein bisschen holz hier so schau sie in der habe ich zufällig keine bieten reingeschmissen in den rucksack ne in die heute rucksack kopf oder schuhe also nur nur da sind keine bieten reingeschmissen ok willst du hexakel diamonds haben schulden was hexakel diamonds was ich davon habe aber du hexakel diamonds oder so um die daraus eine rüstung zu machen brauchst du nicht die tierrüstung hier habe ich dir da reingetan vor allem das ist so geil du stehst mit dem oberkörper zu mir und dein kopf ist auf dem rücken gewesen war nicht wahr doch wahr kann ich wahr habe ich dir in die tore eingetan ne jawoll ne welche würdest du denn haben wollen eigentlich was ja von diesen rüstungen welche denn überhaupt wir entweder über die tief oder die andere da die scale bei den hexakel diamonds die rüstung also das was ich auch ein hab die scheißegal ist die kurze mhm welches die coolste ganz trocken ja guck mal was du vor hast entweder dauerhaft rummetzeln oder schnell rumlaufen bitte schon da will ich viel übertrieben ne monsterfarm haben das ist eigentlich eine xp ich weiß gar nicht wofür welche das ist eigentlich die eine ist zum die scale ist zum eher krieger sozusagen tief ist oder tief ist für rennen oder so mhm irgendwie resistent und irgendwas anderes und die twible weiß ich gar nicht twible connection hallo hallo hä ja freunde das passiert durchaus mal mein internet ist ja immer sehr begabt drin und hat dann immer das doofe bedürfnis hallo weg zu gehen naja ich hab dir aber auch nur drei von ihnen gegeben weil für brust da würdest du ja eh njetpack nehmen ehjaja ja ja mhm –ей Das ist wir wieder so teuer das ist schon пойしょ Mer so nette machalalκ flavour so nett ab die ganzen rezepte ich brauche mir jetzt eben ein fertiges system automatisch da kommt alles da kommt es nicht alles an kraft in den rezepten rein also ich würde denke ich mal zwei bis drei etagen von dem turm hier alleine nur mit dem systeme irgendwelche frames werden nicht gespeichert ich weiß nicht so fünf minuten dann erst eine minute weniger und dann fünf minuten und dann wieder fünf minuten nicht ja ansonsten muss ich mir noch mal weil ich wollte ja ich mit 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 der grafikkarte oder scheiter wahrscheinlich zu machen weil ich über den treiber noch nicht gemacht hat doch mal muss ich dafür auch erst aktiviert haben 4 die habe ich nicht ganz oben alter 60 eben dies von den elektrik hat alles an energie aber kann sich keine energie produzieren maximal sechs stunden in der woche auch so aufs screen machen ich hole ich dann erst mal 100 folgen ein das ist ja dann warte mal seit wann hat das letzte play am laufen noch mal ein paar stunden wo ich das aufholen darf ich weiß gar nicht wann haben wir damit überhaupt angefangen auch schon länger ja ja das ist das ja ich glaube stehe ich einfach eine turtle hinhalte ich habe keinen bock vor dingens mach einmal schlagen aber hoch einmal lassen aber schlagen hoch am auflesen und dann der vorschleife einfach nur wie viel hätte ich auch das immer dann wenn ich durch die portale geht dann sagt er mal frames verloren hier brauche zu langsam zu studieren überspringe frames wir haben das erste video und zumindest habe ich das am 9 12 rausgehauen neunten zwölften war welcher tag neunter zwölfter es war neunter zwölfter war ein montag ja dann haben sie gleichzeitig rausgehauen ja aber weißt du dass du deinen ersten Vater einen Montag hast wobei ich gerade im kalender geguckt habe nein er jetzt ne wenn es am wochenende ist dann schmeiß es Samstag gesagt werde ich den Montag rausgeschmissen sooo ja er macht das unterschiedlich hey du Pisser ich auch nicht ich hab alles ich hab noch mal sterben ne dann wirst du mir den ganzen dreck aufheben der war dann schon Bock zu mach den Magnet voraus pff genau weiß er dich er liebt dich ich hab schon spawnen was wieder loslauft komm her so ja Junge aaaaah bitteschön behindert ich hasse dich möchte ich auch behindert ich hasse dich warum nicht mein EP wow krass du hast dir grad 5 Level geben lassen heftig mir ist mir doch egal 5 Level sind 5 Level du bist sowas von Overcross 5 Level sind 5 Level sag du hat Flash doch eben schon gesagt es spawnt er erstmal die die Fischer die hier sind in den Kisten ех eck 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 eh eck 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 Klech, das sind ja alles, was ich suche. Ja, Pell. Wo sind die ganzen Turtles? Was machst du denn? Hast du doch selber Turtles? Komm doch mal welche draus. Wenn die hier fertig liegen und du sie sowieso nicht mehr benutzt wirst. Ja, geht, ne? Was brauchst du für eine? Eine normale? Eine. Ich hab glaube nur eine, wo ein Tunnelbauprogramm drauf ist. Das ist eine Kohle, ne? Ja, die hat es. Ja, die hat er auch. Ja, ich hol mir euch einfach hier. Wo sind die Kisten hier, die Unmengen drinnen? Ich hab auch noch eine reine, eine normale Tuttle, wo nix drauf ist. Die ist unprogrammiert. Ja, ich hab ja kurz einen Kisten drauf. Fertig. Ich will nehmen die. Hm. Du brauchst ja nur eine Diamantspitze, ca. dranhängen. Cool, ja. Ich hab eigentlich nicht mehr einfach noch eine Stücke mit damit. Hallo, boh, 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 boh. Nenn ich die nochmal um, diese komischen Backpacks. Äh, ich glaube Shift und Rechtsklick. Ja. Mhm. Wirklich Tuchstück. Center steht halt drauf. Nö. Nö. Ich hoffe, er hat mir den ganzen Schrott hier zuzuwerfen. Magst du es doch. Fick dich. Na. Ich lerne meine Inventaten, wenn ich das auf eine Welt zur Seite schmeiß. Und er das alles raus sah, mein Pech gehabt, ne? Ey, du Pisser. dann weint er aber gleich wer kommt denn da kenn ich gar nicht irgendwann bring ich die alle um du stehst du auf die Schokobofedern ja total du magst sie doch du magst Schokobofedern naja ich wollte meinen Flash immer noch dass ich vorher ein paar Trichter nehmen sollte hab ich aber immer noch nicht gemacht